Johann Balthasar Neumann, gemeinhin bekannt als Balthasar Neumann, war einer der bedeutendsten Baumeister des Barock und des Rokoko in Süddeutschland. Zu seinen bekanntesten Werken zählt die Würzburger Residenz, der 1981 von der UNESCO-Weltweite Bedeutsamkeit zugesprochen wurde. Die Residenz darf aufgrund der Entscheidung den Titel Weltkulturerbe führen. Leben Neumann wurde im Haus Nummer 12 in der Schiffgasse in Eger als siebtes von neun Kindern des Tuchmachers Hans Christoph Neumann und dessen Frau Rosina Grassoit geboren und am 30. Januar 1687 in der Kirche Sankt Niklas in Eger getauft. Seine erste Lehrzeit verbrachte er vermutlich bei seinem Paten, dem Glocken- und Metallgießer Balthasar Platzer und wechselte Anfang des 18. Jahrhunderts nach Würzburg zu Sebaldkoch, wo er 1711 den Lehrbrief der Glücksmeister Ernst und Lustfeuerwerker I erwarb. 1712 trat er als Gemeiner in die Fränkische Kreisartillerie ein, da er einzig auf diesem Weg die nur Militärs offenstehende Laufbahn des Ingenieurs einschlagen konnte. Seit 1714 ist er im Dienst des Würzburger Hochstifts nachzuweisen. Er vervollkommnete seine Kenntnisse durch Studien auf dem Gebiet der Festungsbaukunst. Er stieg auf zum Adjutant, wurde bald Feldwebel der Artillerie in der Schlosskompanie und 1718 fürstlicher Ingenieurkapitän. 1717 befand er sich mit den fränkischen Truppen in Österreich und Ungarn, wo er vermutlich als Ingenieur bei der Befestigung von Belgrad mitarbeitete. In Wien lernte er auch die richtungweisenden Barockbauten von Johann Bernhard Fischer von Erlach und Johann Lukas von Hildebrand kennen und schulte. Sein architektonisches Gespür an ihnen. Eine Reise nach Mailand brachte ihm wohl auch die Begegnung mit den Werken Guarino Guarines, die bestimmend für seine spätere genialische Auffassung vom Raum wurden. Nachdem er in dieser Zeit unter der Leitung der Würzburger Baumeister Andreas Müller und Josef Greising gearbeitet hatte, berief 1719 der neue Fürstbischof Johann Philipp Franz von Schönborn den Stück Hauptmann und Oberingenieur Neumann zum Fürstbischöflichen Baudirektor. In Würzburg. Als solcher übernahm Neumann 1720 schließlich die Planung für den Neubau der Würzburger Residenz. Der Würzburger Fürstbischof folgte dabei der Empfehlung seines Onkels des Mainzer Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn, dem schon ein 1715 die Kasekunden aufstrebende Talent des Baumeisters aufgefallen war. Sein Architekturverständnis schulte Neumann in diesen ersten Jahren in der Zusammenarbeit mit anderen im Dienst des Würzburger Bistums stehenden Architekten, wie Maximilian von Welsch, den Gebrüdern von Ertal oder Ritter zu Gronestein, durch die er mit der französischen Frühklassik Mannsatz in Berührung kam. Stilprägend wurde aber die Auseinandersetzung mit dem Wienermeister Johann Lukas von Hildebrandt. Im Zusammenhang mit dem Bau der Residenz unternahm er im Auftrag seines Fürstbischöflichen Dienstherren eine Studienreise, die ihn über Mannheim, Bruchsal, Straßburg und Nancy nach Paris führte. Hier festigte er in Kontakt mit Robert de Kutte, dem ersten Architekten des französischen Königs, die bahnbrechenden Ideen neuer Raumdispositionen. Mit Germain Boffrendt zusammen, dem anderen der großen Architekten Frankreichs, entwickelte Neumann in Paris seine Ideen von einem großzügigen Treppenhaus weiter, die ihn später berühmt machen sollten. 1724 avancierte er zum Major. Er heiratete 1725 Maria Eva Engelbeuter Schild, Tochter des geheimen Hofrats Franzi Knatzschild. Beide hatten acht Kinder. Durch die Heirat erhielt er familiären Zugang zu einflussreichen Beamten und Ratsfamilien in Stadt und Bistum. Bolter Saar Neumann wohnte in Würzburg in der Franziskaner Gasse 2, wo er 1724 den Hof Oberfrankfurt vom Fürstbischof Christoph Franz von Hutten erworben hatte. Hier hatte er auch sein Architekturbüro mit seinen Mitarbeitern untergebracht. Über eine Wendeltreppe gelangte man auf eine Dachterrasse und von dort aus zu einer Aussichtsplattform namens Belvedere, im Volksmund Neumann Kanzel genannt. Ein Rundpodest mit Geländer auf dem Dach seines Hauses erlaubte ihm, seine Würzburger Baustellen zu überblicken. Am 16. März 1945 wurde das Anwesen durch Bombenschwer beschädigt und 1950 wegen Einsturzgefahr gesprengt. Später entschied man sich für einen Neubau, in den das barocke Portal integriert wurde. Im Dachgeschoss wurde die Bolter Saar Neumannstube als Veranstaltungsraum eingerichtet. 1729 wurde er Oberstleutnant in der Fränkischen Kreisartillerie und anstelle Maximilians von Welsch Baudirektor in Bamberg, dem zweiten Bistum des neuen Würzburger Fürstbischofs Friedrich Karl von Schönborn. 1731 erhielt er den für ihn neu eingerichteten Lehrstuhl für Zivil- und Militärbaukunst an der Universität Würzburg und wurde 1741 Oberst, womit er den höchsten für ihn möglichen militärischen Rang erreichte. Durch die Politik der vom Bauwurm besessenen Familie Schönborn möglichst viele Bistümer mit Angehörigen zu besetzen, erweiterte sich Neumanns Wirkungskreis von Würzburg und Bamberg schließlich auf die Bistümer Speyer, Konstanz und Trier. Selbst der Kölner Kurfürst Clemens August von Wittelsbach gab ihm Aufträge. Ab 1723 war Neumann Mitglied der bischöflichen Baukommission, die er ab 1725 faktisch leitete. Als Baudirektor des Domkapitels erreichte er eine dominierende Stellung im Würzburger Bauwesen. Auch nachdem er unter Schönborns Nachfolger Anselm Franz von Ingelheim das Amt als Oberbaudirektor vorübergehend verloren hatte. Daneben war er auch erfolgreicher selbstständiger Unternehmer. Als der im Steig erweilt die Schleichacher Glashütte und in Würzburg eine Spiegelschleiferei betrieb. Mit seinen Erzeugnissen versorgte er nicht nur die eigenen Bauten, sondern exportierte sie auch in andere Länder. Aus einem Schreiben vom 19. Juli 1747 geht hervor, dass sich Emanuel Tellesda Silva, Graf von Silva Taruca, Hofbaudirektor in Wien, bemühte, den berühmten Architekten für Wien zu gewinnen. Neumann geleitete Kaiser Franz von Lothringen bei seinem Aufenthalt in Würzburg anlässlich der Reise zur Krönung nach Frankfurt durch die Residenz. Franz Stephan beschäftigte sich damals mit der Umgestaltung der Wiener Hofburg. Er zeichnete im Auftrag des Kaisers Franz von Lothringen Entwürfe für ein neues Treppenhaus in der Wiener Hofburg, das zu den großartigsten Treppenhäusern der Barockzeit zählte. Er schrieb in dessen Überschicke auch seiner kaiserlichen Majestät meine Idee über die kaiserliche und königliche Burg oder Residenz in Wien, welches das ihn bereit fertig habe. Als Ehrengeschenk ließ ihm Maria Theresia durch Taruca eine große und schöne Tabaziere übersenden. Den Auftrag erhielt jedoch der Lothringer Jean Nicolas Jadot de Vilseille. Neumanns Pläne wurden nicht verwirklicht. Neumann zeichnete weiter Entwürfe für Residenzen in Stuttgart und Karlsruhe sowie für Schwetzingen. Er starb als Oberst der Artillerie- und Fürstbischöflicher Oberbaudirektor und wurde in der Marienkapelle in Würzburg beigesetzt. Die von ihm begonnene Abteil Kirche Neeresheim sowie die nicht vollendete Basilika 14 Heiligen wurde von anderen fertiggestellt. Leitideen und Werke Zwei seiner Maximen beim Bau von Kirchen waren Rotunde und kurvierter Raum. Er gab sich nur mit vollkommenen, alle Anregungen einschließenden Lösungen zufrieden. Bolter sah Neumann versorgte Würzburg mit Kanälen, lenkte frisches Quellwasser in den vier Röhrenbrunnen und legte neue Straßenzüge an. Für die Berechnungen seiner Rokoko-Bauten entwickelte er einen speziellen Proportionalwinkel, das Instrumentum Architecture Re. Mit ihm konnten die Proportionen der verschiedenen Säulenarten bequem abgelesen werden. In Bad Kissingen veranlasste er in den Jahren 1737 und 1738 zusammen mit Georg Anton Bockberger die Verlegung der Fränkischen Saale. In diesem Zusammenhang wurde der scharfe Brunnen, die heutige Rokokzi-Quelle, wiederentdeckt. Außerdem wurden in Kissingen seine Pläne für das königliche Kurhaus und das Langhaus der Marienkapelle verwirklicht. 1738 zeichnete er eine Gesamtansicht von Bad Kissingen mit einer Stadtmau und 14 Türmen. Bolter sah Neumann schuf rund 100 bedeutende Brücken, Kirchen, Klöster, Schlösser, Wohn- und Geschäftshäuser. Abteikirche des Klosters Schönthal. Würzburger Residenz in italienisch-französischem Barockstil nach dem Muster des Versailles Schlosses. Schönborn-Kapelle am nördlichen Querrahmen des Würzburger Doms. Brunnenhalle in Bad Bocklet. Pfarrkirche St. Andreas. Maschikuliturm der Festung Marienberg bei Würzburg. Rundkirche des Klosters Holzkirchen in Holzkirchen. Kloster Heidenfeld. Deutschordenskirche in Bad Mergentheim. Wallfahrtskirche des Klosters Gößweinstein. Schloss Bruchsal, Pfarrkirche Hall, Nikolaus in Armstein, Tauberbrücke, Tauberrettersheim, Schloss Wernick, Innenraum der Pfarrkirche St. Paulin in Trier, Pfarrkirche St. Laurentius in Retzbach, Pfarrkirche St. Cecilia in Heusenstamm, Pfarrkirche St. Cecilia in Saffich, St. Peter. Entwürfe für das neue Schloss. Schloss Augustusburg in Brühl. Kreuzkapelle in Kitzingen. Laurentiuskirche in Dürmstein. Dreifaltigkeitskirche in Geibach. Abgegangene Basilika der Abtei Münster-Schwarzach. Basilika 14 Heiligen bei Bad Staffelstein. Umbau des Klosters Oberzell in Zell am Main. Heilige Stiege der Kreuzbergkirche in Bonn. Kirche der Abtei Neeresheim. Pfarrkirche St. Michael in Hofheim. Stiftsrathaus in Ellwang. Wallfahrtskirche Käpele in Würzburg. Kirche St. Vitus in Detichheim. Gartenpavillon in Randersacker. Wallfahrtskirche Maria in Limbach. Schloss Veitshöchheim in Veitshöchheim. Mitarbeiter. Johann Thomas Nisler. Arnold Friedrich Prall. Johannes Seitz. Ehrungen. Denkmäler und Gedenktafeln. Punkt. Punkt. Briefmarken, Banknoten und Gedenkmünzen. Punkt. Außerdem wurde am 16. August 1978 zu Neumanns 225. Todestag eine 5 DM Gedenkmünze herausgegeben. Nach Boltersaar Neumann sind benannt. Das Gymnasium in Marktheidenfeld. Die Städt. Realschule in der Hugo-Wolf-Straße in München. Die Mittelschule in Werneck. Zwei Berufsschulen mit weiterführender Bildung in Bruchsal. Eine Berufsschule in Augsburg. Das Technische Gymnasium in Trier. Eine Grundschule in Koblenz. Straßen. Mehrere Straßen wurden nach Boltersaar Neumann benannt. Unter anderem in Bayreuth, Nürnberg, Stuttgart, Neeresheim, Koblenz und Trier. Filmische Darstellungen. Boltersaar Neumann. Folger des Barock. Bayerisches Fernsehen 2003. Gezeigt in BR Alpha am 10. Oktober 2009. 20.15 bis 21 Uhr.